Kehrt Franck Ribéry in die Bundesliga zurück? Nach Informationen der Bild-Zeitung hat Eintracht Frankfurt Kontakt zum Berater des Flügelstürmers aufgenommen. Demnach will der Europa-League-Halbfinalist ausloten, ob Ribéry bereit wäre, einen stark leistungsbezogenen Ein-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Die Verantwortlichen der Eintracht dementierten diese Meldung. Nach zwölf Jahren bei Bayern München ist Ribéry ablösefrei. Zuletzt soll der Franzose mehrere Angebote aus Katar und Saudi-Arabien erhalten haben. Auch mit Jürgen Klopps FC Liverpool wurde der 36-Jährige in Verbindung gebracht.